von überall und so ein specki ist auch da oben nein hilfe ich muss doch einem so ein fleischklopf machen kopf machen ja hier ist noch eine achte scheibe sommer stinkig oder was kommen die alle zu mir wie weit läuft der melin hinterher warum habe ich gift achte schon irgendwas schießt mich an oder so na bist du runtergefallen ja warum ist denn da der dinge weg ich habe es durch die wand gesehen das war die rache für die marienkäfer das war die rache für die marienkäfer ich nehme den wanderweg ich nehme den wanderweg ich nehme den wanderweg ok wir müssen doch da ne ja 645 wäre kroko zumindest richtung 45 wäre kroko da hat einer von euch ne pumpe jo ich ja sehr gut ich muss jäger damit na ist dein traum jetzt fühle ich mich überhaupt nicht unter druck gesetzt ja ach schon wieder so ein dicker die gehen da langsam echt auf den keks die viecher ne alter willst du mich verarschen mache ich doch tot ich habe jetzt vier schüsse hatte gekriegt ich bin vergiftet und ich brauche mal zu heilwasser kirche da findest du alles gar gesegnetes wasser ich möchte aber nicht dahin gehen wo die schießen ich habe angst das gegner mit pumpe weil ich ja meine pumpe geben kann man eigentlich gar nicht mehr man kann ich kann sie nicht ich kann nicht umschießen dann kann ich da eine waffe nehmen und dann geht das ich weiß nicht ich habe die ausgeschaltet ja toll da ist auch der koko hier ist ein versorgungswagen meine damen und herren ein schiff ich habe noch keine punkte ich schon külter alles voll ohne worte umgeben kann sagen weiter was ballern die denn da alle sind da wo die verbannung ist kommen die schüsse ja ich höre irgendwas auf dem dach rumlaufen oder so ähnlich also es klingt wie dachlaufen irgendwo hier hinten aus dem wald kommt auch hat von 105 90 105 ich war da schon lange drüber du sollt gaming ja tschau danke fürs vorbeischauen tschüssi ja klar ja 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 obendrin obendrin sauber nein einer drinnen alter ich habe den erwischt volle bude hat aber nicht gereicht erlebt noch einer ist nur noch drinnen wir müssen jetzt holen der ist unten gewesen ja ja der kommt zu mir ja den voll erwischt der hebt gleich seine welt wieder auf ach mann der steht direkt mit der schrotze hinter der tür alter hat die mir geklaut ach mann unten 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 da ich klasse noch ärger mit den bühnen wie hieß du ich klasse noch ärger mit den bühnen siehst du du bist du noch ärger mit den bühnen schrotze nach der steht bei mir rum er hat den aufgehoben wieso liege ich denn drin ich bin vor der tür umgefallen da ist er den habe ich mitgenommen ne doch der hat aufgeschnitten ne du bist gestorben du hast aufgeschrien mucke jup das war nämlich ein mann da steht er da mit der schrotze direkt hinter der tür alter das gibt es doch nicht ohne worte lief ja mal wieder super jo nö mh 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 Scheiße. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Warte. Ich hab einen voll getroffen, aber er ist ja trotzdem nicht gestorben. Ich weiß auch nicht, was das ist mit dieser Kack Sparks. Du musst auch Kack treffen. Ja. Hab ich, meiner Meinung nach. Fehlen noch 14 Punkte mit der Sparks. Ich geh ja am Stock, Alter. Wie scheiße ist das denn? Ach, ey. Da musst du die Wunder noch mal spielen. Toll. Du freust dich, ne? Du Schnuller, du. Herausforderung. Sonny, auf jeden Fall ist ein bisschen was geholt mit der Schrotze. Ja, ich hab ihn zumindest erwischt, ja. Erzähl dann auch, dass der Gegner mich erschossen hat. Mit deiner Schrotze. Kann sein, ne? Ja, wär wär doch geil, ne? Jetzt muss ich schon wieder Fleischköpfe machen. Ey. Ach man, ich will keine Sparks, ey. Das ist doch so scheiße, Alter. Habe ich dir nicht gerade freigespielt hier, Bornheim? Okay, ich kann Showdown oder Sterbesimulator? Ja. Sterbesimulator. Aktuell. Aber ich brauche diesen alten Stoßzahn hier. Den müsste ich eigentlich machen. Boah, ich hab noch nix hier. Hä? Hä, warum hab ich den nicht mehr? Wo ist denn die? Ich hab sie doch vorhin noch gehabt. Da ist sie doch. Ahem. Vielen Dank.